Ein herzliches Hallo an all die kleinen Forscher da draußen und natürlich auch an die Mamas und Papas. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcast Wieso, Woher, Warum? Der Podcast rund um Kinderfragen. Heute geht es um eine Frage, die mir Tom, sechs Jahre alt, geschickt hat. Er wollte gerne wissen, woher der Spruch Katzen haben sieben Leben kommt. Er selbst hat zwei Katzen zu Hause und freut sich bestimmt, dass ich diese Frage heute beantworte. Du erfährst heute, woher der Spruch mit den sieben Leben kommt, welche Bedeutung Katzen früher hatten, wieso die Zahl sieben eine ganz besondere Zahl ist und vieles mehr. Hast du schon mal eine Katze beim Klettern beobachtet? Das können Katzen nämlich ziemlich gut, egal ob drin in der Wohnung oder draußen in der Natur. Sie haben ein gutes Gleichgewicht und können aus dem Stand sehr hoch springen. Vielleicht hast du ja auch schon mal beobachten können, wie Katzen von etwas runter springen. Ist dir dabei etwas aufgefallen? Genau, Katzen landen nämlich immer auf allen Vieren, egal wie hoch ihr Hindernis ist. Das ist ziemlich beeindruckend. Wir Menschen zum Beispiel müssen uns schon sehr anstrengen und viel üben, um den perfekten Sprung auf zwei Beinen zu schaffen. Bei den Katzen gibt es da auch ein bestimmtes Wort für, nämlich Drehreflex. Dieser ermöglicht es ihnen, auch bei einem Sturz aus größerer Höhe auf ihren Pfoten zu landen. Außerdem sind Katzen ziemlich gelenkig, das heißt, sie können die Wucht, wenn sie den Boden erreichen, gut abfedern. Fast so, wie wenn wir auf einem Trampolin springen. Durch die beiden Fähigkeiten überleben sie häufig Stürze, die ziemlich gefährlich aussehen. Vielleicht kommt ja daher der Spruch, Katzen haben sieben Leben. Schon früher galten die Katzen übrigens als Begleiter, allerdings von ganz besonderen Menschen, nämlich von Hexen. Damals glaubte man, dass die Katze etwas Böses war, vor allem schwarze Katzen. Die Menschen hatten tatsächlich sogar Angst vor ihnen und wollten nichts mit ihnen zu tun haben. Schwer vorstellbar, denn heutzutage zählt die Katze zu einem der beliebtesten Haustiere. Der Aberglaube, so nennt man den Spruch mit den sieben Leben einer Katze, könnte daher kommen, dass die Zahl sieben schon viele, viele Jahre zuvor eine besondere Bedeutung hatte. Zum Beispiel in der christlich-katholischen Kirche. Dort ist die Rede von den sieben Sakramenten, sieben Tugenden und auch Gott soll die Welt in, genau, sieben Tagen erschaffen haben. Es gibt auch besondere Geschichten, in denen die Zahl sieben eine wichtige Bedeutung hat, nämlich in Märchen. Erinnerst du dich, wie viele Zwerge bei Schneewittchen auftauchen? Genau, sieben. Und kennst du das Märchen vom Wolf und den sieben Geißlein? Auch die sieben. Du merkst also, die Zahl sieben hat irgendwie etwas Besonderes. In England sagt man übrigens, dass Katzen sogar laut einem Sprichwort neun Leben haben, also noch zwei mehr als bei uns. Die Zahl neun stammt vermutlich auch aus der Geschichte Englands, in der die Zahl des Öfteren vorkommt. Hast du gewusst, dass Katzen aber auch heute noch ein wenig geheimnisvoll für uns Menschen sind? Denn man sagt, dass sie eine sogenannte Heilungskraft in sich tragen. Denn sollten Katzen sich doch mal verletzen, sind sie viel schneller wieder gesund, als wir Menschen es wären. Dabei soll vor allem das Schnurren der Katzen helfen. Denn hiermit zeigt die Katze nicht nur, dass sie sich wohl fühlt, sondern dieses Schnurren soll auch helfen, Knochenbrüche und andere Verletzungen schneller zu heilen. Durch eine bestimmte Frequenz, also Tonlage, soll dies möglich sein. Ziemlich geheimnisvoll also. Wie bei vielen anderen Sprichwörtern und Aberglauben kann man heutzutage nicht mehr zu 100% sagen, woher es kommt oder wer sich das ausgedacht hat. Aber ich finde es schon sehr interessant, dass es bis heute weiter verbreitet wurde, sodass sogar wir heute noch diesen Spruch kennen, obwohl er ja schon ziemlich alt sein muss. Nun fragst du dich bestimmt, ob Katzen denn tatsächlich sieben Leben haben. Stimmt das denn wirklich? Ich muss dir leider sagen, nein, das stimmt leider nicht. Auch Katzen können, wenn sie alt oder krank sind, sterben und kommen dann in den Katzenhimmel. Aber wir wissen nun, dass Katzen ziemlich gute Überlebenskünstler sind und somit mindestens siebenmal gefährlichen Situationen kommen können. Vielen Dank für diese Frage, lieber Tom. Wenn du auch eine Frage hast, die ich beantworten soll, schreib mir gerne eine Mail an kinderfrage at gmail.com. Ich freue mich, wenn wir uns nächsten Sonntag bei einer neuen Folge von Wieso, Woher, Warum wiederhören. Bleib neugierig, deine Christina.